Man muss nicht mal halber Informatiker sein, um die App von Trade Republic zu bedienen, sondern bei uns ist wirklich das Kaufen eines Wertpapiers, einer Aktie, das Anlegen eines Sparplans genauso einfach wie das Online-Bestellen einer Pizza. Ja, herzlich willkommen hier zu Rette Dein Geld mit mir, Matthias Reder. Heute zu meinem Gast, zu meinem Premium-Partner Oswald Seicher von Trade Republic. Hallo Oswald, servus. Hallo Matthias. Wir möchten uns heute näher damit beschäftigen, für was steht eigentlich Trade Republic oder warum gibt es diese Firma überhaupt und wer könnte uns diese Frage besser beantworten als der Oswald? Der Chef von Deutschland, Österreich und der Schweiz, also einem der wichtigsten Märkte, würde ich jetzt mal behaupten, auf jeden Fall von fast 100 Millionen Menschen. Und lieber Oswald, für was steht Trade Republic und warum soll ich euer Service nutzen? Also Trade Republic steht eigentlich dafür, dass wir jedem Österreicher und jeder Österreicherin Zugang zum Kapitalmarkt verschaffen wollen. Dafür stehen wir. Das ist unsere Mission und das ist ganz einfach. Warum wollen wir das? Ganz einfach, weil jeder wird irgendwann mal das Problem haben, dass sein Geld entweder durch Inflation aufgefressen wird oder wenn er später irgendwann mal in Pension geht, dann wird er merken, dass er nicht mehr so viel Geld bekommt, wie er kurz vor der Pension verdient hat. Und das nennt man einen Pension Gap im Englischen oder eben eine Pensionslücke. Und um die auszugleichen, sollte wirklich jeder Mensch vorsorgen und sich irgendwie privat selber um seine Finanzen kümmern. Und abgesehen davon, Geld irgendwo rumliegen zu lassen, das alleine wird nicht reichen, weil damit wird nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, es wird weniger. So, Trade Republic hat jetzt zwei Sachen neu gemacht, deswegen nennt man uns ja auch einen Neo-Broker und nicht einen klassischen Online-Broker, wie viele andere, die es ja schon gibt. Was haben wir neu gemacht? Wir haben zwei Sachen verändert. Wir haben auf der einen Seite den technischen Zugang komplett verändert, nämlich dahingehend, dass es viel einfacher geworden ist. Man muss nicht mal halber Informatiker sein, um die App von Trade Republic zu bedienen, sondern bei uns ist wirklich das Kaufen eines Wertpapiers, einer Aktie, das Anlegen eines Sparplans genauso einfach wie das Online-Bestellen einer Pizza, würde ich jetzt mal sagen. Also technisch ganz einfach und auch nochmal deutlich günstiger, als es bei den bisherigen Online-Brokern war und schon deutlich günstiger, als es bei den klassischen Banken ist. Nach wie vor, wenn man vielleicht sogar vor Ort hingeht in eine Filiale und so ein Papierkram ausfüllen muss, das alles gibt es bei uns nicht mehr, sondern technisch einfach, günstig, dafür stehen wir. Ich habe mich natürlich schon angemeldet bei Trade Republic und da muss man natürlich eines dazu sagen, man kann bei euch auch mit kleinstem Börserl anfangen, mit Plänen oder Aktien oder in den Kapitalmarkt zu investieren, nämlich schon ab einem Euro. Oswald, wie funktioniert das? Kannst du uns das kurz erklären? Genau, also nicht nur, dass wir den Zugang zum Kapitalmarkt vereinfacht haben, wir haben auch noch einmal etwas revolutioniert und zwar ist nicht mehr der Preis einer Aktie, der Preis eines Wertpapiers im Vordergrund, sondern es ist bei uns im Prinzip das Geld, das für dich als Kunde, als Investor zur Verfügung steht. Und vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, vor circa einem Jahr, da stand die Amazon-Aktie noch ungefähr bei 3.000 Dollar. Das heißt, wenn ich ungefähr 3.000 Dollar zur Verfügung hatte, um in den Kapitalmarkt zu investieren, dann konnte ich maximal eine Amazon-Aktie kaufen. Bei 2.500 Euro oder Dollar ging sich das schon nicht mehr aus. So, diese Hürde, die haben wir völlig weggenommen und wir haben gesagt, okay, nimm so viel Geld, wie du möchtest, zum Beispiel 100 Euro und investiere das Ganze in Amazon. Dazu haben wir das, was wir im Englischen Fractional Shares nennen oder eben auch Teilaktien erfunden und bieten sie unseren Kunden an. Das heißt, ich kann einen Betrag auswählen. Ich möchte 100 Euro in die Aktie von Amazon oder was auch immer investieren und dann bin ich mit 100 Euro dabei. So, wie wirkt sich das am Ende aus? Ich habe natürlich kein Stimmrecht, weil ich ja nicht eine volle Aktie besitze, aber ich bin mit meinen 100 Euro entsprechend anteilsmäßig Dividenden berechtigt. Das heißt, wenn es eine Dividenden-Ausschüttung gibt, dann kriege ich das entsprechend anteilsmäßig, aber das Stimmrecht ist, solange bis die volle Aktie nicht durch ist, entsprechend nicht auszüben. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil damit habe ich völlig alles geöffnet. Ich kann wirklich jede Art von Wertpapieren und jedes Wertpapier investieren mit dem Betrag, den ich gerne möchte. Ihr habt natürlich nicht nur Zugang zu Einzelaktien, was natürlich risikomäßig etwas höher zu bewerten ist. Die, die schon länger dabei sind, bereitet ein Geld, die wissen, bei mir kommen Exchange-Traded-Funds, also ETFs zum Einsatz. Und da gibt es ja Auswahl wie Sand am Meer, also Tausende an Produkte, die sich da draußen sozusagen tummeln. Und die einzige Möglichkeit für uns Privatanleger ist, dass man in Produkte hineingeht, die kostengünstig sind. Dass man von den 100 Euro, die man pro Monat einsetzt, so viel als möglich direkt in den Produkten ankommt und nicht dann irgendwo sozusagen versickert bei der Hausbank mit Spesen, mit Ausgabeaufschlagen etc. Da gibt es Beispiele. Agenda Austria hat das durchgerechnet. Von 100 Euro kommen vielleicht 92 Euro bei der Hausbank, bei dem tollen Aktienfonds sozusagen auch direkt im Fonds an. Beim ETF reden wir von 99 Euro und noch mehr, die hängen bleiben. Und ihr habt es als eine der größten, wirklich eine sensationell hohe, breite Anzahl. Also nicht nur von der Anzahl her, sondern ihr seid es auch in den Themen extrem stark, was dieses ganze ETF-Angebot anbelangt. Oswald, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen einmal auch und sagen, um was es da geht bei den ETFs und warum ihr diesen Zugang überhaupt so toll und mit dieser Masse an Angeboten überhaupt anbieten könnt? Ja, Matthias, wie du vorher schon gesagt hast, natürlich alles auf eine einzelne Aktie zu setzen, das wäre natürlich etwas töricht, weil da ist man extrem riskant unterwegs und du hast vollkommen recht, um möglichst breit sich aufzustellen, empfiehlt es sich nicht gerade für Anfänger, dass man natürlich in einen ETF, in den Exchange Traded Fund hineingeht, der schon per Definition breit gestreut ist entsprechend. Und das kann man bei uns machen. Und wie du richtig gesagt hast, wir haben ein sehr großes Angebot und damit ich heute gut vorbereitet bin, habe ich extra nochmal nachgeschaut, wir haben tatsächlich das größte Angebot aller Online-Broker, was die Anzahl der ETFs betrifft, nämlich weit über 2.200 verschiedene ETFs, die wir anbieten. Damit sind wir im deutschsprachigen Raum absolut die Nummer eins. Ich glaube, da sollte für jeden was dabei sein. Warum ist es so wichtig, in ETFs zu investieren? Daneben, ich bin breit gestreut und muss mir das Stockpicking sozusagen nicht selber machen. Das ist gerade für die Menschen, die nicht so viel Zeit haben, oder die, die noch nicht so erfahren sind, mit Sicherheit das Vehikel für den Einstieg in den Kapitalmarkt, auf jeden Fall. Und auch da ist es wichtig, dass ich wieder meinen Lieblingsbetrag, den ich mir leisten kann, investieren kann. Und vielleicht, wenn man mal zurückschaut, in Österreich war ja jahrelang und vielleicht zum Teil auch noch heute der berühmte Bausparer ja das beliebteste Investmentinstrument überhaupt, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Man hat dort regelmäßig 50 oder 100 Euro weggespart pro Monat. Und das ist auch bei uns möglich. Das heißt, ich kann in einen ETF, aber auch in Einzelaktien investieren mit meinem Betrag, den ich für richtig halte. Zum Beispiel 100 Euro, mach das in Form eines Sparplans und mach das monatlich. Und das Tolle bei Trade Republic ist, der Sparplan, das Investieren in Sparpläne kostet gar nichts. Also das ist wirklich völlig kostenfrei. Und ich glaube, damit haben wir wirklich endgültig den Bausparer Adieu gesagt und ein neues zeitgemäßes Investmentvehikel kreiert. Oder zumindest wir bieten es jetzt unseren Kunden an. Als Hilfestellung. Leute, ihr müsst euch da jetzt nicht durch 1200 ETFs durchklicken und sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Sozusagen, wen nehme ich jetzt überhaupt? Wir von Rette Dein Geld. Ich auch selbst mache meine ETFs zukünftig alles bei Trade Republic. Ihr findet auch die entsprechenden Videos, welche ETFs ich wie, warum ausgewählt habe. Das ist natürlich No Financial Advice. Jeder kann sich seine ETFs selbst zusammenstellen. Aber es hat schon einen Grund, warum ich zum Beispiel den MICR World oder den MICR World Developing Countries, also quasi den Entwicklungsländer, zusammenstelle. Also ihr bekommt das alles separat nochmals mit den Videos. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen Bahnhof gehört haben mit Aktien, ETF, was ist das etc., schaut euch bei mir in dem Kanal um, wenn wir die Basics erklären nochmals, reingehen, warum gibt es überhaupt Aktien? Was macht das Sinn, das Ganze zu bündeln, nämlich mehrere Aktien? Und wie teilen sich dann die Anteile in diesem ETF auf? Also seid ihr jetzt nicht euch einen Kummer, sozusagen, weil ihr noch nicht so weit seid. Das Thema ist relativ einfach, einfach beginnen, sich weiterzubilden. Finanzbildung, das ist ja auch hier bei Rettet dein Geld das Thema. Und da sind wir froh, mit Trade Republic jetzt diesen Partner gefunden haben, der das ganze Spektrum der Aktien, des Kapitalmarktes, des einfachen Zuganges abdeckt. Lieber Oswald, wir möchten noch zum Abschluss das Thema der Regulatorik. Also weil ja viele auch sagen, es gibt so viele Anbieter, wenn ich da reingehe in den App Store, wen kann ich überhaupt vertrauen und, und, und. Da muss man ja eins sagen, Trade Republic ist ein registrierter Wehrpapierdienstleister. Da fährt sozusagen die Eisenbahn drüber, oder Oswald? Ja, so kann man das sagen. Wir sind also ein Unternehmen, das in Deutschland gegründet worden ist und den Sitz in Berlin hat und ist in Deutschland entsprechend BaFin reguliert. Das ist die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen. Und das ist, glaube ich, wenn ich das so sagen kann, zumindest in Europa die mit Abstand härteste Regulierungsbehörde, die es gibt. Das heißt, es wird ganz genau hingeschaut, was gemacht wird und wir werden regelmäßig kontrolliert. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Also einerseits sind wir oder unterliegen wir der härtesten Regulierungsbehörde in Europa. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie immer, und das ist ja Teil der Regulierung, ist das Vermögen der Kunden wird vollkommen getrennt vom Kapital des Unternehmens. Also das heißt, das Eigenkapital von Trade Republic ist völlig losgelöst davon. Und im Falle einer theoretischen Insolvenz hat das eine mit dem anderen nichts zu tun und das Geld der Kunden wird immer völlig separiert. Einerseits Wertpapiere, die investiert sind, werden sowieso separiert. Und bei einem Treuhänder, in dem Fall eben bei einer Clearing-Bank, noch einmal separat vorgehalten. Und auf der anderen Seite der Cash-Bestand, also das Bargeld, das vielleicht noch auf dem Konto liegt, das unterliegt der deutschen Wertpapieraufsicht, auch noch einmal entsprechend unter Einlagensicherung. Und mit der Einlagensicherung, das weiß wahrscheinlich schon jeder mittlerweile, sind 100.000 Euro immer sicher, die man im Fall einer Insolvenz zurückkäme. Also auch das, glaube ich, ist die absolute Sicherheit, die höchste Sicherheit, die man überhaupt geben kann. Und ich warne selber davor, jetzt unabhängig davon, dass ich für Trade Republic arbeite, aber für jeden anderen sage ich das auch immer, Leute, bleibt in Europa, schaut euch an, von wem ist ein Finanzdienstleister, von wem wird er reguliert. Auch da gibt es Unterschiede in den Regulierungsbehörden, auch innerhalb von Europa. Aber ich warne davor von irgendwelchen Wertpapierdienstleistern, die irgendwo auf irgendwelchen komischen Inseln sitzen. Vollkommen richtig, Oswald. Um jetzt die Komplexität rauszunehmen, Leute, ihr habt zwei Konten bei Trade Republic. Eines für euren Eurobetrag, wo ihr die Euros einzahlt. Dieses Konto ist durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 gesetzlich gesichert. Und das zweite Konto ist sozusagen euer Wertpapierdepot, wo alle Werte sozusagen, alle Wertpapiere drauf gebucht werden. Und das ist das Sondervermögen auf dieses Sondervermögen. Auf dieses Sondervermögen, das ist separiert von der Firma Trade Republic. Das muss auch aufsichtsrechtlich separiert werden. Ihr seid da auf der sicheren Seite. Und das auch nochmals zu erklären. Ja, super. Also Oswald, mich freut es extrem, unsere Zusammenarbeit. Und ich freue mich schon auf die kommenden Videos, wenn ich dann nochmals erkläre, wie ich sozusagen meine ETFs aussuche, wie ich hier sozusagen zum Nulltarif diese ETFs bei euch besparen darf. Und das vielleicht möchte ich auch noch kurz anmerken. So ein Sparplan ist in Wahrheit mit drei Klicks eingerichtet und dann lass einfach laufen. Und zwar über Jahre. Du musst das nie wieder sozusagen angreifen oder sonst irgendetwas machen. Und also ganz, ganz einfach, so wie es wirklich Trade Republic immer vorgehabt hat und finde ich ganz, ganz toll. Bis dato. Ich werde noch weiter eindringen sozusagen in die App und darf mich schon mal jetzt mal bei dir bedanken, lieber Oswald. Und wir werden sicherlich die nächsten Monate noch weitere Infos zu Trade Republic weitergeben und euch mehr an Information zur Verfügung stellen. Auch werden wir vom Kanal von Trade Republic natürlich das ein oder andere Finanzmarktinformation und auch das Thema Bildung wird nicht zu kurz kommen, da wir natürlich auch unsere Partner auch inhaltlich pushen, wenn es denn zu Rette Dein Geld passt. Aber hier passt es sozusagen wie die Faust aufs Auge, kann man fast sagen. Lieber Oswald, vielen Dank für deine Unterstützung und die Partnerschaft und bis zum nächsten Video mit Rette Dein Geld und Trade Republic. Rette Dein Geld 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 Rette Dein Geld